XXIO Prime, vermutlich ein entfernter Verwandter von Optimus Prime. Die Eisen sind auch bei der geschmiedeten Variante eher klobig. Das Feedback sehr ungenau, finde ich persönlich nicht das absolute Highlight. Drei-Wand-Hybrid sind sehr einfach zu spielen. Wir haben eine Hybrid-Variante mit 26 Grad. Also wenn jemand so auch schon mittlere Eisen ersetzen möchte, ist das sehr passend. Das goldene Finish, mir persönlich gefällt es nicht, aber wer es mag, schaut es durchaus hochwertig aus.